Eine Sache sollten Sie über mich wissen. Ich bin ein Kontrollfreak. Das liegt einfach in meiner Natur. Wenn ich etwas sehe, das mir nicht gefällt. Und tschüss. Aber jetzt haben wir den Nido D3. Wenn ich etwas weghaben will, hilft er dabei. Nido weiß, in diesem Haus wird gemacht, was ich will. Ist das irrational? Mir doch egal. Was den Nido angeht, habe ich entschieden, dass er bleiben darf. Außerdem, zurückgeben können Sie ihn nicht mehr. Ich habe gerade den Karton versaut.